So, nun ist es aber vorbei mit Ladebildschlung, gut, mein Heepack. Geh weiter? Geh weiter. Geh weiter. Aufpassen, die Bekloppten sind vor uns. Nicht anschließen mit Schwarz-Weiß. Na, alle mal anschließen. Schön. Moin, wie geht's? Okay, das ist gut für mich. Weiter komm ich richtig gut klar. Und ne Witsch ist wieder da. Ey. Geh gerade nach. Wenn's nicht bald besser wird, bin ich weg. Nein, bist du nicht. Ja. Hab ich extra gemacht. Ja, was jetzt, Witsch? You little bitch. Vorsicht. Geh kühnen sie den anderen. Weiter. Nee. Ha 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 ha. Witsch da hinten. Ja, hau mal nicht, Juffer-Kacke hier. So, ich will die alle haben. Ich will neue Waffen holen. So. Jetzt heil ich mich. Hab ich schon mal erzählt, wie Kiech mal ein Truthahn frittiert hat? Nee. Verbrennung dritten Grad ist auf mehr als 90% seines Körpers. Sein Arzt hat dann auch andere Ärzte angerufen, die waren fasziniert, wie der Verbrennung über alten Verbrennung hat. Glaub ich ihr. Echt mal. Noch später hier? Na, wer ist hier der Boss? Nee. Den kannst du dir auch voll einschieben. Oh, ich glaub mein Abzug glüht. Gute Arbeit. Schau, Schau. Schau, Schau. Das hat ihr so gedacht, wa? Nicht hier von der Seite kriegen, nee, nee, nee. So nicht, mein Freund. Ist die Idiotisch hier mit dem Fallschirm abzuspringen. Ey, eine Hopbombe. Hat er ihn um, hat er ihn um? Aua. Wir nur die Hopbombe haben willst. Nein. Na, wer braucht hier Hilfe? Wer braucht hier Hilfe? Du! Du! Zum Stinger, Hilfe, Rambo, hilf mir! Hilfe, ich häng hier fest! Ja, ich hab ein Zumstier. Aua! Hilf mir doch mal, guck mal, wie er guckt! Alter, guck mich mal aus, wie der Smoker dich hat, alter. Ja. Das sind verflucht! Gönnsäge! Hey, hoh, Bombe! Hey, nicht hier verflimpern hier alle! Ne Machete! Seht euch also. Wo wir in Kacken gehen, wa? Ja, ja. Die Waffe ist besser hier. Die Schnippe. Ja, bitte nachladen. Ist egal. Guck, ein Schultz, du Wurfpaar. Ja, ich hab auch die Drecksarbeit gemacht. Guck, wie gierig der ist! Garnate! 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 Machete! Machete! Garnate! Machete! Kotze! Nichts! Das kommt doch von so! Nein, nein, ich will hier hin! Guckt euch das dann! Abhauen! Zombie, du stinkst, Alter! Das ist der Schlenker! Ruhe Bombe am Start! Ich will schon ruhig hin hier! Passt auf! Okay, machen wir sie auf? Nein, machen wir nicht auf! Warte, lass die immer weggehen doch! Die wollen da hinten hin! Lass die immer da hinten hingehen und dann geh ich raus! Los! Die wissen ja nicht wohin! Die wissen ja nicht wohin! Scheiß drauf! Ich mach's ja auch! Ich häng fest! Guck mal an, wie der Lost Heat hat der Rambo, ey! Meine Ecke! Geh weg, du Sumpfi! Jockey, nein! Nicht du! Geh weg! Char-Cher! Nein! Oh! Ich helfe mir an die Kinder unten, Bartow! Pass auf, Char-Cher immer noch dahinter! Er will uns unbedingt haben! Was willst du, Char-Cher? Jetzt! Ihr kommt! Nein! Ja! Alles klauer hier! Alles klauer hier! Nur weil er den Stats immer super haben will! Das ist der Rambo! Er denkt nur an sich! Ist ja egal! Hauptsache! Wir schaffen! Hauptsache ist wann, wie immer sagst, ne? Langweilig! Randale! Ja, mach mal Randale! Nein! Das wollte ich nicht! Komm her! Komm her! Du weißt schon, dass da noch ne Horde kommt, ne? Ich warte hier! Geh mal schnell weg! Die anderen gehen auch alle, weil die denken, die Horde ist weg! Kommt dann noch! Oh, Alter! Das war knapp! Hahaha! Wie er abhaut! Hab ihr das gesehen? Das kommt wenn man schon vorrein, weil jemand denkt, das ist vorbei! Das kommt wenn man schon vorrein, weil jemand denkt, das ist vorbei! Abgehauen! Für den war das Gefühl gewesen! Kommt der nächste bitte! Ich brauche Hilfe! Nein! Haha! Wie er nach vorrennt! Warum flimmt der, der Rambo? Jetzt ist vorbei! Du machst mir Sorgen! Jetzt kannst laufen! Hilfe! Hilfe! Geht's gut! Hier geht's gut! Hepp! Hunter! Ey! Ne, Smoker! Buh! Hau ab! Und tank! Nein! Lade nach! Hey, komm! Ich weiß, deswegen habe ich hier gewartet, aber Rambo der rennt ja einfach rein da! o– Hepp! Ich bin hoch! Ok, hop-ö how! Bop-%!!! Abhauen! Ne, oder?? Ricardo! drinnen ein brauchst du nicht brauchst keine hilfe jetzt immer noch wasser drinnen anschließend lohnt sich nicht weg da ihr stehen einst du noch brand moni ja habe ich da ist Nein, gibt's nicht! Nein, gibt's nicht! Bereit? Nein! Sorry! Ja, ist aber mir vor der Flippe gelaufen! Ich denke dafür! Ja! Ruhren wir mal! Na los, aufs! Nails ... Wo brummt das hier, Sompf so komisch. Ne! Das ressoiriert das Spiel so, das Sompf. Mach da Boombag mir auch. Ja? Komisches Geräusch ne? Na, ich weiß nicht, er Ja! Sie ist ein Spiel hier drinnen! aber geht schon der eine Pipe hey Penner, da müssen schon andere kommen los, Beheilung hey, alles meins man deck dich geh weg Gewehre gerade ein Kit und ein Kit Kit, Molly, Mariette, alles was denn jetzt begeht und ein Smokehite ich komme da wahrscheinlich gar nicht mehr hin weil die mich hier alle blocken, hey, die scheiß Sumpfraten-Dinger hier wieso alle nicht helfen, Hauptsache die haben ihr Kit, guck mir an wie gierig die sind was ist denn mit dir, Alter? da sind noch zwei Kids hier, heil dich, da unten das sind zwei Kids wo sind Kids? da, auf andere Seite, da unten sie heilt mich schon, brauche ich nicht mehr aber da unten ist noch eins lass sie mal nehmen ne, wär nicht mach doch doch können wir jetzt? ja das wird wieder nehm mir einen Schuss nein ja, dann wollen wir mal Oma 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 v down ok, das darf das darf hier ist Schleim das ist da neben kriegen die uns nicht was haben wir hier? ey, PIL und Adrenalin und da kommt alle her ich weiß mal adrenalin schuss voll im water bringt wir auch sorry was machst du denn warum macht die tür auf oh oh hey shy schmari ja 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 hilfe hilfe ok ich brauch hier mal hilfe wir müssen rein hallo wir haben die arschfalte nachgezogen arschfalte sieht doch gut aus dafür ist jetzt echt keine zeit hey was mit mir du male ja oh man ich hab doch einmal geschossen dann muss er hier los sein alles klar bei dir und wie seh ich aus ich brauch hilfe schieße mich noch an alter ich hab echt drauf wie schnur geschossen hier ja ja danke schwarz und weiß schwarz und weiß zieh deine arsch heute nach verdammte scheiße ja mit den granatenwerfer da ich heile ich heile guck mal bei ihr guck mal bei ihr schwarz 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 blöck mal bei ihr schwarz blöck mal bei ihr blöck mal bei ihr hier ist ne dreck wir müssen aus dem Wasser raus in Deckung Danke! 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 Ich kann nicht... Alter, ich bin langsam im Wasser, Junge! Ja, ist er rum? Ja toll! Man kann im Wasser da auch nicht lang rumstehen, ey! Kacke ist er! Knie-tiefe Kacke ist er! Ich hab ein Kind, liegt da hinten noch, aber danke! Du nimmst doch nicht! Nein! Die sind doch alle ab, wir hauen wieder! Ja, ist doch gut! So! Jetzt verhackst du den Hund! Kann ich durch? Oder willst du mir anschießen? Ja, du kannst durch! Du schreist hier da hinten! Ja, die Sumpf-Zombies, man! Ist das so neuer Song, oder was? Der Rambo-Zong? Das ist das so neuer Song, in der Nähe! Die Muni muss alle! Was, Rambo, da kann ich hinschießen? Aber da kann ich hinschießen! danke fürs anschießen ich habe ich noch eine weglegen kann die andere waffe nehmen ich komme ich habe die gierige da steht schon dieses namen auf den sachen drauf nicht lustig wer sich aufregt ist auch mal geil oh die ist geil kopf nein Nehm mir einen Schuss! Nein! Na los doch! Ja! Dreckschleim kommt! Oh 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 Yeah! Party! Juhu! Na 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 na! Erfauen! Es ist leider da! Lauf, Rambo, lauf! Die rennt immer noch an der Ehe! Jetzt tot! Porte oder was? Diese komischen Geräusche hier, ne? Machen wir einen wahnsinnig! Genau! Hier ist so ein Pflegerdingens Das war sicher ein schrecklicher Fluch! Lade nach! Die Sicherheitstür ist wohl der einzige Weg! Lade nach! Einer muss die Tür aufmachen! Einer muss die Tür aufmachen! Ja, einer und einer muss sterben oder wie? Einer muss die Tür aufmachen! 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 Tut mir leid! Einer muss die Tür aufmachen! 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 Oh, ja! Das bringt doch nichts! Ich schlage das von Char-Chow! warte ich helfe so nicht auf mich Nein, ich muss nachladen! Kieße, Rambo! Oh, ich muss nachladen! Oh, ich muss nachladen! Der stirbt schief! Oh man, ey, ihr seid kack, man! Oh Mann, da! Hier liegt da rum, ne, Rambo hat die auch down gelegt, aber die andere, alter da! Ach du, ich guck, ja! Komm, steh auf! Na, mein, ihr schafft! Der Coach ist gestorben, ne? Ich konnte nicht mehr, war schon voll down und ich hab einen Versuch noch hochzuhelfen! Oh Mann! Das war hart! Wird alles gut! Na, wunderbar! Vielleicht bin doch nicht Spaß, weil das ist gut! Na, weg schon! Oh, ich bin völlig ausgepumpt! Nur zur Info! Ich gehe dir vorgleich zu! Alles! Black & White! Nein! Nein! Die Witch! Ich will dich ja brauchen! Ey, hier wollte ich wieder nehmen! Naja, na los! Spritz! Schnee, lass! Kann ich mir nicht alleine landen bei der Witch? Da, Jar Jar! Hab ich gesehen, ja! Der will mich! Naja, pass auf! Schnapp'n Granatwerfer! Schon viel besser! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... Maann! Jetzt flettern wir mal ein paar Zombies... Rapp'nage! Rapp'nage! W-Ad! Du kommst! G- Aaaaaaahhh! Und weiter! Wer mir anschießt alter! Aaaaaaahhh! Hingerichtet du Dreck-Zombie! So! Wir sagen ja gar nichts mehr. Das ist mir grad mal aufgefallen. Ich hab's vergessen, was ich aufnehme. Kompostieren! Wieder eine Clown hier, Alter! Musst du voran an die Front gehen! Musst du schon an die Front gehen? Die sind alle gierig. Jetzt kannst du an die Front gehen! Ich warte hier! Ich hab mich schon angeschossen! Kein sorry! Danke! Ich geh ganz schnell wieder aus dem Wasser raus. Ich bin getroffen! Ja, deswegen geh ich nicht hier in den Wasser rein. Dumpf-Zombie hier. Hier ist noch ein Deep-Zombie unten. Hier ist noch ein Jockey. Und ein Char-Cha! Nein! Das war's! Hier ist ein Jockey! Na toll! Super! Und er hat mich auch noch der Char-Cha hier. Unter Wasser helft mir! Ich ertrinke! 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 Oh, nicht schlecht, ne? Hier ist ein Defi! Boomerbeil ist auch hier! Hier! Boomerbeil ist auch hier! Hier! Da ist Molli! Nimm den Molli! Und gut ist! Der hinter dir! Hinter dir Molli! Ich wollte nur Boomerbeil haben! Ich heile mich noch nicht! Nein! Nimm's doch gleich geschafft! Ich will ja nicht schwarz malen! Aber das hier überleb' ich wohl nicht! Das überleb' ich! Das überleb' ich! Das überleb' ich! Granaten? Wird kein Krokodilfutter sein! Ich heile mich! Auf Deckung! Oh ja! Heile im Glas! Man, da bin ich Speed hier! Kommt alle her! So! Speed! Hehehe, komm! Speed hier! Abhauen! Ihr weckt da! Lückt da! Meiner! 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 Ah! Tür zu stinkt! Moment, ich muss heilen! Schon besser! Tür zu! Nein! Fangt an, euch Karte zu mögen! Ah! Wir haben ja noch beleidigt, der Rambo! Die Rotz! Die Rotzgörre, ey! Guck mal, richtig! Die fetten Arschtritt geben in den Kerl! So, eigentlich scharf! Auf geht's! In der nächsten neuen Runde! Ja, in der nächsten neuen Runde, da! Mit seiner letzten Beleidigung, da! Mit seiner bulgäre Fäkal-Sprache, da! Oh, Mann, da! Ja, ja, ja! Ich trink mal einen Schluck! Ja, trink mal! Und verdossest du! Ja! Ja, ja! Beim nächsten Mal!